...Göring, Josefine, Sie auch hier am Start und wartet auf den Startschuss. Oh, nochmal kurzer Sturz vorm Ziel, aber die Lucy steht sofort wieder auf und kommt ins Ziel mit 50, 65. Und da kommt sie schon, die nächste, die Stefanie. Auf geht's, Startnummer 160 hier. Oh, die ist auch voll schnell. Döring, Josefine, Döring, Josefine auch bereits gestartet, Sie mit der 161 hier unterwegs. Und die Christina ist gerade losgepfecht, hier Christina Metzner von USV Suselden. Bereits macht sich die Fabiana Dorigo von WMV München. Oh, die ist schnell, ne? Ja, und auch die ist voll schnell, weil die hat die 1,1, 2,1er-Technik im Fernsehen. Oh, das gibt eine super Zeit. Da geht's super, der Helm. So, und die 182 kommen hier durch mit auch einer Topzeit. 35, 44, 35, 44. Oh, Sarah, was macht denn die? Die ist ja schneller als die Uhr. Und die Clarissa, Clarissa Hofer, jetzt gestartet hier mit der Startnummer 185. Michelle Buchholzer macht sich bereits fertig. So, wir haben eine neue Topzeit. 34, 38, 34, 38. Das ist ja unglaublich. In 34 Sekunden da hoch, sensationell. So, die nächste ist auch schon da mit der Startnummer 184. Die fängt jetzt sogar hier eine 1,1-Technik an. Und sie kommt ins Ziel mit 39, 25, 39, 25. Boah, schau dir die Michelle an, Alex. Michelle, die zieht da hoch. Die braucht keine Stütze. Ja, die Michelle, ein Wahnsinn. Die zieht da echt hoch. Aber ihr könnt sie trotzdem anfeuern. Auf geht, Michelle. Die haben eine spezielle Technik. Ich glaube, das ist derselbe Club. Stimmt. Ja, richtig. Die haben die Knick. Und eine super Zeit. 36, 57, 36, 57. Und die nächste ist auch schon da. Halt dich fest, Alex. Da kommt noch die Julia. Die ist auch vom USV Schulfeld. Den können wir die Stücke klauen. Ja, Schulfeld in Österreich. Und hier oben der Trainer. Gleichzeitig Foto anfeuern. Coachen. Nicht nur Schlag auf Schlag hier oben. Julia ist auch die nächste, die hat die 189. Und jetzt zu schlagen. Wird hier hochgezogen von den Fans. Kommt, feuert sie nochmal an. Schafft sie die 32. Ganz knapp ist sie drüber. 33, 81, 33, 81. Alex, der Dominik da oben, der ist schnell. Vielleicht macht er eine neue Bestzeit hier. Aber das ist hart 26. Die 233-Sachstattel. Die Stiftau. Auf geht's, Maike. Nochmal anschieben hier. Und auch die Maike hat eine tolle Zeit. Und hier unten haben wir die 317. Äh, 217, Wolfgang Söchle. 234, 46. 234, für die. So, großen Jubel. Zwölf Jahre dabei hier beim Inline-Cup. Unsere Österreich... 未知. Go! Go! Steffi! Und? Foto-Finish. Ketchup! ... gegen den Falser-Armold und Romantan. Wir hören, die Isabel aus der Marmold, die Tidja ganz schnell nach oben. ... und die Isabel ist ganz locker. Mit fünf Meter Branche rum kommt sie ins Spiel. Kommt! 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 Die beiden sind gleich auf und die Kimberli sieht jetzt gerade nach vorne. Und die Steffi... Kimberli führt, Kimberli führt. Und die Stephanie ganz knapp dahinter. Kimberley, Bob Deppery, das ist für euch Österreich gegen Deutschland, Teil 7, die Startnummer 172, die Christina Fürth, Österreich in Führung, Österreich-Provinienten, wer setzt sich durch, ja, schaut so aus, und der Martin Fürth, mit der Startnummer 214. Vielen Dank.